So liebe Leute, hier bin ich jetzt aus Schaffhausen. Hoi Christian. Hier links haben wir Elisabeth Fetsch, Arlette und den Mann von Elisabeth. Hoi zusammen. Jetzt kommen hier die Reichler. Hallo, Elisabeth. Hoi. Hoi. Jawohl. Hoi. 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 Da ist der Engel. Hoi. Hoi. Okay. Da haben wir neue Kollegen da oben. Da. 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 Da.